Ich habe nur kleine Sticks. Wir laufen jetzt schon den ganzen Abend am Mainufer entlang und witzigerweise da zum Beispiel dieses Pärchen hat gerade ein Date im Auto und die trinken Wein und das ist das EZB-Gebäude und wir machen jetzt hier an der Brücke Bilder. Wir kamen gerade zur Polizei, aber die war nett und die wollten wissen was wir machen und wir haben gesagt wir machen einfach Fotos. Danke für alle, jeder der uns folgt, übrigens könnt ihr die anderen auch abonnieren. Es kommt ein Auto, Auto fährt langsam. Er fällt von hinten und wir knien uns alle hier so hin, wie es aussehen muss. So darfst du den Taxifahrer aus. Hilf mir hier, hilf mir. Also Freunde, wir haben 2 Uhr nachts und wir sind offensichtlich nicht mehr so groß, aber wir sind die crazy ones, die überleben. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Okay, 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 Bye! Bye! Habt noch einen gewendlichen Tag! Oh Gott, die armen Zuschauer. Ich freue mich so auf dieses Video.